Ich bin Peppa Wutz, das ist mein kleiner Bruder Schorsch, das ist Mama Wutz und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz, spielen und arbeiten. Es ist ein schöner, sonniger Morgen. Was für ein wunderbarer Tag zum Faulenzen. Papa Wutz liebt es zu Faulenzen. Papa, musst du denn heute gar nicht arbeiten gehen? Nein, Peppa, heute ist doch Samstag. Samstags hat Papa Wutz frei. Papa Wutz, du kommst zu spät zur Arbeit. Aber es ist doch Samstag, Mama Wutz, oder nicht? Nein, heute ist Donnerstag. Donnerstags arbeitet Papa Wutz. Bis später. Wiedersehen. Armer Papa, er muss arbeiten gehen. Du hast es gut, Mama. Du kannst den ganzen Tag zu Hause spielen. Aber ich spiele doch nicht. Ich arbeite an meinem Computer. Schorsch will das lustige Hühnchen spielen. Schorsch, wir können gerne das lustige Hühnchen spielen, aber erst, wenn ich mit der Arbeit fertig bin. Luzi Locke und ihre Mutter holen Peppa zur Spielgruppe ab. Hallo Peppa. Hallo Luzi. Viel Spaß in der Spielgruppe. Bis bald, Mama. Arbeite schön. Frau Locke, arbeitest du oder spielst du heute? Na, ich arbeite heute und zwar so richtig hart. Määh. Ich gehe zum Sport. Und was machst du so beim Sport? Laufen, springen und hüpfen. Mama, das ist keine Arbeit. Das ist spielen. Peppa und Luzi sind bei der Spielgruppe angekommen. Hallo zusammen. Hallo Peppa. Hallo Luzi. Hallo Kinder. Heute spielen wir Einkaufsladen. Oh. Wer möchte gern Verkäufer sein? Ich, ich, ich. Peppa und Luzi sind die Verkäufer und alle anderen können die Kunden sein. Peppa und Luzi tun so, als wären sie Verkäuferinnen. Aber was müssen wir denn jetzt tun? Also ich kassiere das Geld, Luzi. Und du rämst die Regale ein. Ja, gut. Klausi Kleff ist der erste Kunde. Hallo Frau Verkäuferin. Hallo Herr Kleff. Ich hätte gerne eine Packung Kekse. Luzi, haben wir eine Packung Kekse? Nein, aber ein blaues Spielzeugtelefon. Und wie viel kostet das denn? Das macht genau 100 Euro, bitte. Danke sehr. Der nächste bitte. Hallo Verkäuferin. Kann ich bitte ein großes Brot bekommen? Nein, aber Sie können ein Puppenhaus haben. Brauchen Sie auch eine Tüte dazu, mein Herr? Ja, gern. Die kostet dann 1 Cent, bitte. Oh, ich habe gar kein Geld dabei. Sie können ja beim nächsten Mal bezahlen. Boah, das ist ganz schön viel Arbeit. Ja. Hallo Frau Verkäuferin. Was kann ich bitte für eine Million tausend Euro kaufen? Luzi, was haben wir für eine Million tausend Euro? Hm. Eine Karotte? Ja, gern. Luisa Löffel liebt Karotten. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Papa Wutz ist gekommen, um Peppa und Luzi abzuholen. Papa, hast du heute viel gearbeitet? Ja, ich habe heute ganz schön reingehauen. Wir haben heute auch richtig viel gearbeitet. Wir waren nämlich Verkäuferinnen. Bla, 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 bla. Das war's. Und droppen. Mama Wutz ist fertig mit ihrer Arbeit. Also gut, Schorsch. Vielleicht können wir jetzt einmal das lustige Hühnchen spielen. Das haben wir uns verdient. Unartige Mama, du spielst dir das lustige Hühnchen. Genau, weil Schorsch und ich mit der Arbeit fertig sind. Nicht wahr, Schorsch? Wenn alle mit der Arbeit fertig sind, dann können wir jetzt alle spielen. Peppa Wutz. 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 Untertitelung des ZDF, 2020